Hallo und herzlich willkommen hier bei einem neuen Video auf meinem Kanal Achtung Lichtarbeit. Das Thema dieses Videos lautet Jacqueline Laisonnier, falsche Prophetin. Ja, das Thema wurde gewünscht. Es war auch schon mal bei einer Abstimmung. Da hat er sich dann aber ein anderes Video durchgesetzt. Aber das Thema ist trotzdem wichtig. Und deswegen ist es eben heute Thema dieses Videos. Wie bei allen anderen Videos auch, die ich mache zu anderen Kanälen, wie jetzt zum Beispiel Nancy Holten, Silvia Soljodaya-Krupp, Christina von Drein, Geistheil Asananda, Kurt Tepperwein und den anderen möchte ich auch hier betonen, ich habe persönlich gar nichts gegen Jacqueline Laisonnier. Und natürlich werde ich in dem Video begründen, auch nachweisen, warum sie aus meiner Sicht eine falsche Prophetin ist. Wer zum ersten Mal zuschaut hier auf meinem Kanal, ich war früher selbst in der Lichtarbeit, in der Esoterik, im ganzen New Age Bereich. 2003 fand ich zum Glauben an Jesus Christus und habe vollständig aufgehört mit der Lichtarbeit, der Energiearbeit, habe eine 180-Grad-Wende im Leben vorgenommen und glaube nun an Jesus. Und ja, möchte jetzt mit diesem Kanal Menschen helfen, die noch in dem Bereich tätig sind, weil ich über die Jahre halt einfach erfahren durfte, durch Gottes Gnade, dass die Lichtarbeit, die Engelarbeit, die Energiearbeit ein Irrweg ist, ein ganz fataler, furchtbarer Irrweg ist. Und vor so einem Weg sollte man warnen. Und deswegen mache ich überhaupt diese Videos, um andere Menschen davor zu warnen und zu ermutigen, auch den Schritt zu Jesus Christus hin zu tun, zur Rettung, zur Befreiung auch von diesen okkult-esoterischen Methoden. Ich spreche für keine Kirche, ich bin weder Mitglied in der katholischen oder in der evangelischen Kirche. Aber ich glaube eben persönlich an Jesus Christus und mein Leben nahm eine Wende, als ich von der Lichtarbeit hin zum Glauben an Jesus Christus gekommen bin. Davon möchte ich auch gerne mal ein bisschen Zeugnis geben, um auch andere Menschen daran teilhaben zu lassen und sie zu ermutigen, auch diesen Schritt zu tun. Denn ich habe festgestellt, in meiner Lichtarbeit, ich war immer ein suchender Mensch und bin es dort eben auch geblieben. Ich wurde nie zum Finder. Zum Finder bin ich jetzt, dank Jesus. Auch hat die Lichtarbeit und alle anderen, die Praktiken, die damit zusammenhängen, die ich gemacht habe, nie irgendwie zu etwas Gutem geführt in meinem Leben. Stellenweise gab es mal so positive Momente, aber auf lange Sicht. Es war so ein Fass ohne Boden. Die Fragen wurden alle nie wirklich beantwortet oder es gab nur Teilantworten. Es gab komische Phänomene im Leben. Es ging mir immer schlechter. Damals habe ich noch nicht gemerkt, dass es eben an der Lichtarbeit liegt oder an diesem New Age-Gedankengut, also Aufstieg in die fünfte Dimension, so etwas, was uns da alles damals aufgetischt wurde. Ja, ich dachte, das seien dann so, das hängt mit diesem Lichtkörperprozess zusammen oder so, ja, mit diesem Aufstiegsprozess. Aber, ja, 2003 trat Gott sei Dank Gott in mein Leben, in seiner Gnade, hat mich erkennen lassen, dass es blanker Okkultismus war. Und, ja, jetzt sind es knapp 20 Jahre, die ich jetzt konstant mit Jesus lebe und das führte zu einer dramatischen Wende, zum Positiven in meinem Leben. Ja, also, deswegen heute hier auch dieses Thema. Erstmal eine Selbstdarstellung hier von Jacqueline Lesoniers Homepage. Wie sieht sie sich denn selbst? Trainerin für Intuition und erweiterte Wahrnehmung. Dann sieht sie sich als Aktivator des göttlichen Bewusstseins. Autorin, Schauspielerin, Mama von zwei Töchtern, Betreiberin des YouTube-Kanals, Seelenvision. Hier noch ein Zitat, so habe ich es wörtlich reinkopiert von ihrer Homepage. Jacquelines Vision hier auf Erden. Ja, sie selber einen Rechtschreibfehler gemacht. Ich habe das nur herauskopiert. Vision hier auf Erden ist, Millionen von Menschen wieder in Verbindung mit ihrem eigenen Herzen und erhöhtem Bewusstsein zu bringen, um sich ein Leben in Reichtum auf allen Ebenen erschaffen zu können. Also, so auf diesem Trip ist sie auch Erfolg, Reichtum, viel Geld. Ja, nicht nur, auch diese spirituelle Komponente natürlich auch. Sie predigt auch so diesen Aufstieg in eine höhere Dimension und sieht sich da eben als Mithelferin. Klar, wie bei eigentlich allen Kanälen, die ich schon porträtiert habe, kostet das auch immer viel, viel Geld. Hier zum Beispiel so eine neunmonatige Ausbildung zum Intuitionscoach und Heilerin der neuen Zeit für 8.888 Euro. Also, ja, da steht man perplex davor und fragt sich, warum all diese Vertreterinnen und Vertreter dieser sogenannten neuen Spiritualität immer die Menschen so tief in die Tasche greifen lassen, dass es immer so wahnsinnig teuer ist. Nicht nur bei ihr natürlich, ja. Also, Geist teilt auseinander. Und die anderen, ich hatte ja schon ein paar genannt. Da ist es natürlich auch so, ja. Also, sie ist ja keineswegs die Einzige. Ja, auch Symbole sind wichtig. Hier sieht man es ja auch. Da ist so ein Auge in so einem, in so einem, also in so einem Viereck, so ein allsehendes Auge. Und Symbole sind ja auch immer ganz wichtig. Also, dann sieht man da noch so eine Frau. Sie ist auch sehr für, ja, die feministische Seite. Also, hier zum Beispiel diese Ausbildung ist auch nur für Frauen, ja. Heilerin der neuen Zeit. Ja, und heute in dem Video möchte ich eben da das eine oder andere vorstellen. Vielleicht noch so, was jetzt hier nicht steht, zu ihr. Der Name ist, von daher, sie ist ein Viertel Französin. Früher hatte sie sich auch Jacqueline Ananda genannt. Bevor sie jetzt unter dem Namen Jacqueline Lesonnier auftritt, also familiär hergesehen, eine Viertelfranzösin. Sie wandert jetzt übrigens aus, wie sie angekündigt hat, lebt in Österreich, aber will jetzt nach Nicaragua auswandern, mitsamt Kindern. Interessant ist, warum oder wie sie sich da überhaupt dafür entschieden hat oder ihre Familie. Sie haben da so eine sogenannte Blindaufstellung gemacht oder Zettelaufstellung. Nur ganz kurz, wie das vom Grundprinzip her funktioniert. Man schreibt jetzt verschiedene Sachen auf Zettel. Also zum Beispiel jetzt, wir wandern aus nach Nicaragua oder Bali. Ja, also dann stehen da verschiedene Optionen. Die werden dann auf den Fußboden gelegt. Also ohne, dass man jetzt weiß, was auf welchem Zettel steht, dann stellt man sich auf die Zettel drauf und guckt dann, wo gibt es Gemeinsamkeiten. Und so hatte sie das begründet, dass zum Beispiel sie und ihr Partner standen beide jetzt auf dem Zettel, wo halt Nicaragua drauf stand. Und dann so auf diese Art und Weise wollen sie jetzt eben oder tun das auch wirklich nach Nicaragua auswandern. Also ich finde das völlig verrückt. Das erinnert mich so an Nancy Holten. Die hat ja auch einfach so ihre Wohnung gekündigt. Oder in einem Video, in dem Dualseelen-Video, wo die Herzenswärmerin Zeugnis gegeben hat, die es dann einfach nachdem sie eine Hellseherin konsultiert hatte, in die Türkei geflogen. Also man macht dann auch tatsächlich verrückte Dinge. Ja, einfach, weil man denkt, das sei jetzt so ein Auftrag aus der geistigen Welt oder dergleichen. Da sind ja auch Kinder im Spiel. Also dass man dann einfach mal hier aus der gewohnten Umgebung nach Nicaragua auswandert. Okay, ist natürlich ihre Sache, sollen sie es tun. Aber die Art und Weise ist doch mehr als dubios. Also das mit dieser Zettelaufstellung. Und ich möchte aufzeigen, dass sie da nicht von guten Mächten beraten wurde, sondern von okkulten Mächten. Das heißt, aufgrund okkulter Inspiration wandern sie jetzt nach Nicaragua aus. Und das ist natürlich schlimm. Da gibt es auch noch viele weitere Beispiele sicher, wo Menschen irgendwelche krassen Lebensentscheidungen plötzlich treffen, weil sie glauben, das wäre irgendwie ihnen so eingegeben worden, intuitiv oder hier durch so eine Befragung, hier durch so ein Orakel wie hier mit diesen Zetteln. Also ich möchte sehr davon abraten. Ja, ich hoffe nur, dass es jetzt für die Kinder dort nicht schlimm wird, hier aus der gewonnenen Umgebung rausgerissen zu werden. Aber wie gesagt, da will ich mich auch nicht einmischen. Ich will aber hier aufzeigen, wie manchmal solche Lebensentscheidungen, kann man ja doch sagen, wenn man Europa so verlässt, wie die manchmal zustande kommen. Ja, ihre Initiation, oft ist es ja so, dass es so ein Initiationserlebnis gab. Ja, viele Lehren sind schon darauf zurückzuführen gewesen, dass manche Seher, Seherinnen oder Medien plötzlich meinten, sie hätten da irgendeine Eingebung bekommen oder jemanden getroffen. Es war aber ja auch so hier, das ist auch jetzt so ein Zitat, eines Tages fiel in einem spirituellen Buchladen, das Buch Erzengel Raphael spricht aus dem Bücherregal, in dem es um die Ich-Bin-Essenz geht. Es sollte das Buch sein, das mein Leben veränderte. Inspiriert durch das Buch machte ich eine Reise nach Paris. Eines Abends auf der Brücke, neben der Kirche Notre-Dame, ich weiß, das klingt sehr kitschig, war aber so, erschien plötzlich vor mir in strahlendem Licht Erzengel Raphael. Es durchströmte mich eine unendliche Liebe und ich war in tiefer Verbindung zu meiner Essenz. Ja, so fing es eben bei ihr an. Sie war ja eigentlich Schauspielerin. Sie hatte so eine Schauspielkarriere am Laufen vorher und dann passiert eben das auch wieder so eine auf okkulter Inspiration getroffene Lebensentscheidung. Gut, wer jetzt meine Videos kennt, weiß, da habe ich ja schon oft gesagt, dass diese vermeintlichen Erzengel, ja, hier war es ja angeblich Erzengel Raphael, in Wahrheit Dämonen sind gefallene Engel. Die Engel Gottes würden nie auf so eine Art und Weise plötzlich Menschen erscheinen. Es gibt zwar in der Bibel einzelne, seltene Berichte, wo Engel mal Menschen erschienen sind, aber das war dann entweder halt in Menschengestalt oder auch in einem Traum kam so etwas mal vor. Super selten, ja. Und aber ganz sicher nicht Erzengel Raphael, den es doch gar nicht gibt, ja. Also die Bibel berichtet von Erzengeln zwar, also von Erzengel Michael zum Beispiel oder Gabriel. Raphael kommt da überhaupt nicht vor, ja. Also auch das, aber das nur so am Rande. Das ist nicht das, worauf ich hinaus will. Hier zeigt sich, was auch schon im Wort Gottes heißt, dass der Satan und seine Diener sich als Engel des Lichts tarnen. Ja, das steht alles schon so wörtlich im Neuen Testament. Ich wusste das ja früher auch nicht. Also früher hätte das hier alles für mich ganz toll geklungen und stimmig und da ist wirklich der Erzengel Raphael ihr erschienen. Ja, hier steht es ja plötzlich vor mir in strahlendem Licht. Ich erinnere nochmal, wörtlich heißt es im Wort Gottes, dass der Satan und seine Diener sich als Engel des Lichts verkleiden. Ja, weil klar, wenn er als böser Dämonenfürst daherkäme, dann würde das ja auch jeder durchschauen und dann würde wohl kaum jemand dann dadurch plötzlich solche Lebensentscheidungen treffen. Dann würde man wahrscheinlich Reißaus nehmen und die Flucht ergreifen. Aber da er und seine gefallenen Engel sich eben als Lichtengel tarnen, fällt man drauf rein und glaubt es. Ja, und hier, das war dann eben halt auch bei ihr, diese Initiation. Also sie hat hier tatsächlich nicht gemerkt, dass ein ganz abgrundtief böses Wesen sich ihr da gezeigt hat, um sie eben gefangen zu nehmen für all das, was dann folgte. Wie sie esoterisch-okkulte Irrlehren in die Welt gesetzt hat, Menschen verführt, das sind ja einige Zehntausend Abonnenten noch bei ihrem Kanal. Das ist ja nicht so, dass das jetzt irgendwie nur eine Kleinigkeit wäre, sondern hier findet leider auch sehr viel Verführung statt. Und ja, das ist eben auch so ein Ziel dieser Beiträge, auch wenn ich natürlich einen vergleichsweise sehr kleinen Kanal habe. Aber ich hoffe, dass vielleicht doch der ein oder die andere das zum Anlass nimmt, das mal alles sehr, sehr zu hinterfragen, was da abgeht in dieser spirituellen Szene. Ja, viele, ich kriege ja oft das mit, viele schreiben auch, bei mir war es ja damals auch so, viele sagen mir auch, ja, sie haben also da auch seitdem komische Phänomene, beispielsweise in der Wohnung oder so. Da spüren sie dann irgendwie eine ganz komische Anwesenheit, eine Präsenz oder eine Kälte, beklemmend, fühlen Beklemmung oder teilweise auch Schlafparalysen. Man kann dann sich überhaupt nicht mehr bewegen. Das hatte ja auch zum Beispiel eine Zuschauerin berichtet in meinem Podcast, die bei Yoga-Video-Fest angestellt war, die hat auch von dieser Schlafparalyse berichtet. Ja, und andere Sachen, Spukphänomene oder im Leben, dass da auch komische Sachen abgehen, dass man Ängste hat, dass das Leben durcheinander gerät, aus den Fugen gerät. Ja, Diabolos heißt auch der Durcheinanderwürfler. Also wer so etwas hat, der spürt die Auswirkungen satanischer Verführung. Wer also plötzlich im Leben, in der eigenen Wohnung, in der eigenen Umgebung komische Dinge wahrnimmt, dann ist das ein Zeichen, dass der Diabolos hier gerade aktiv ist. Der wahre Gott, der möchte solche Dinge überhaupt nicht. Also der möchte im Gegenteil Ordnung und Ordnung im Leben und Frieden. Er möchte nicht durcheinander würfeln, sondern möchte zusammenbringen. Er möchte es wieder zusammenbringen und gut machen. Ja, also das hier nur auch mal als Ergänzung dazu. Und natürlich, wer dann auch glaubt, irgendein Engel sei ihm oder ihr erschienen, glaubt mir also, dass Engel, wie schon vorhin gesagt, mal Menschen erscheinen, das ist extrem selten. In der Bibel gibt es da einige, ganz, ganz wenige Begebenheiten, wo das so war. Und dann waren sie auch, sie erschienen da nicht halt in ihrer echten Engelgestalt, sondern als Mensch oder halt auch in einem Traum. Also immer auch real, also nie auch, nie so irgendwie geistig, ja, auch so mental. Also auch beim Channeling ist das zu beachten, wenn man da so Channeling-Botschaften empfängt oder diesen glaubt. Auch hier kann man ganz fest davon ausgehen, es sind immer zu 100 Prozent Dämonen, mit denen man in dem Moment Kontakt hat. Außer man bildet sich so einen Kontakt auch mal nur ein, das ist mir auch früher passiert. Dann war mir dann irgendwie klar, das habe ich mir eigentlich nur selber eingebildet. Ja, aber da, wo wirklich diese Mächte in Kontakt mit einem treten, da verbündet man sich wortwörtlich mit Dämonen. Und das ist sehr gefährlich. Hören wir mal kurz auch hier in ein Video rein, in ein Ausschnitt. Da geht es auch um Ängste. Hier ist aus ihrem Video Akasha-Chronik-Voraussagung 2021. Und ja, hören wir da kurz rein. Ja, was ist die restliche Angst, die ich habe? Todesangst, die Angst vor dem Tod. Und auch wenn du keine Angst vor dem Tod hast, was ist dann deine Angst? Ja, also Angst vor dem Tod kenne ich. Kenne ich von früher. Ich hatte tatsächlich auch früher, als ich noch nicht an Jesus glaubte, diese Angst, das war ganz furchtbar. Also gar nicht mal so sehr vor dem Tod, also vor diesem Sterbensmoment als solchen, sondern eher, was danach kommt. Als ich noch in der Lichtarbeit war, ich hatte immer, das war richtig Todesangst. Ich habe das dann immer schnell verdrängt, weil es mir wirklich Angst gemacht hat und habe dann schnell wieder über andere Sachen nachgedacht. Aber immer mal wieder kam diese Angst in mir hoch. Du kannst ja auch mal in dich so reinhorchen, wenn du noch nicht an Jesus Christus glaubst. Ja, was ist da, was ist da? Wie denkst du darüber, was nach dem Tod kommt? Vermeintlich sagt dir dein Verstand, na ja, da gibt es ja Reinkarnation. Aber wisch das mal beiseite. Ich komme da noch darauf zu sprechen, dass es keine Reinkarnation gibt. Aber wenn du wirklich mal darüber nachdenkst, bist du dir wirklich absolut hundertprozentig sicher, dass du safe bist nach dem Tod? Ich war es nicht. Und immer, wenn ich darüber nachdachte, beschlich mich eine unfassbare Angst. Und erst seit ich an Jesus glaube, ist das weg. Es ist einfach weg. Ich habe diese Angst nicht mehr. Es ist sogar eher eine Hoffnung, einst einmal in Gottes Reich zu sein. Auch sonst Ängste. Ich kenne tatsächlich keine Ängste mehr. Natürlich auch ich, auch jeder Christ hat Sorgen und auch fürchtet sich mal. Ja, wenn ich draußen bin und dann zieht plötzlich ein schweres Gewitter auf mit Donner und Blitz, dann fürchte ich mich auch. Und hoffe, dass mich der Blitz da nicht trifft. Aber das ist nicht, was ich meine. Ich rede von richtiger Angst. Ja, und es hat sich in meinem Leben beweitet, was wir hier schon lesen im Neuen Testament. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und diese Zeilen, die stimmen wirklich. Also wenn du jetzt noch irgendwelche Ängste hast, also vor dem Tod oder auch ansonsten, wenn das wirklich so eine richtige Angst ist, keine Furcht oder Sorgen, Sorgen haben wir alle, ja, dann liegt das daran, dass deine Seele da schreit. Also irgendwie, als ich früher diese Todesängste hatte, ich bin überzeugt, das war eine Angst, die ganz tief aus meiner Seele kam, weil meiner Seele klar war, sie ist unerrettet. Nach dem Tod würde etwas Furchtbares passieren und davor hat man noch Angst, ja, ganz, ganz deutliche Angst. Und der Beweis für mich selber ist eben, dass das jetzt weg ist mit Jesus, ja, also dass das von einem Tag auf den nächsten, dass das einfach sofort, diese Angst weggegangen ist, eine Hoffnung gewichen ist. Und das sind so diese kleinen inneren Beweise, die man hat. Es gibt keinen äußeren Beweis, ja, ich kann niemanden äußerlich beweisen, dass das alles stimmt, was ich hier sage, aber ich spreche eben aus meinem eigenen Leben. Ich habe diese inneren Beweise zuhauf gefunden und in meinem Leben sind die passiert und jeder, der schon Christ ist, Christin ist und hier zuschaut, wird das bestätigen. Diese großen und kleinen Wunder, die im Leben schon passiert sind, die Gebetserhörungen oder Wendungen oder eben auch, dass solche Sachen sich gelegt haben, wie diese Ängste oder dass andere Sachen aufgehört haben, Sicht oder eben irgendwelche anderen Dinge, die einen belastet haben. Wie gesagt, Sorgen wird Gott uns nicht immer alle wegnehmen. Also auch ein Christ kann natürlich krank werden, kann Krebs kriegen, hat seine Alltagssorgen, hat finanzielle Sorgen, hat berufliche Sorgen, hat partnerschaftliche Sorgen, das alles. Ja, das ist aber nicht das, was ich meine, sondern ich meine so richtig existenzielle Ängste. Damit ist Schluss mit Jesus Christus. Das kann ich dir tatsächlich so zusagen. Wenn das in deinem Leben derzeit noch der Fall ist oder auch wenn in deinem Leben noch diese komischen Dinge passieren, die ich vorhin schon kurz angeschnitten hatte, wenn es da drunter und drüber geht, du Depressionen hast, du am liebsten nur noch weinen möchtest, dann liegt es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit daran, dass du dich okkult betätigst und denkst, dass es gut ist, dass du auch dieser Lüge anheimfällst mit dem angeblichen Aufstieg in eine fünfte Dimension oder wenn du an Reinkarnation glaubst. Und hier, das ist was Sorgen angeht. Natürlich, wir haben Sorgen, aber auch so was in meinem Leben eingetroffen ist. Da heißt es, denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Also klar, Leiden, Kummer, Sorgen gibt es, aber trotzdem, seit ich an Jesus glaube, findet da immer auch so ein interner Abgleich statt. Wie soll ich das ausdrücken? Also ich nehme natürlich die Sorgen wahr und die besorgen mich auch wirklich, aber irgendwo tief im Inneren ist immer diese Ruhe, dieser Friede, dass ich weiß, okay, ja, natürlich jetzt schon blöd mit den Sorgen, aber ich weiß, trotzdem grundsätzlich bin ich gerettet und bin Teilhaber an dieser Herrlichkeit, wie es hier heißt. Also das einfach nicht ins Gewicht fällt. Eigentlich kann man es nicht besser ausdrücken. Es ist zwar da, aber es fällt nicht so ins Gewicht. Also das war früher auch anders. Da haben Sorgen ganz anders an mir geknabbert, als es jetzt der Fall ist, weil ich doch weiß, mein Erlöser lebt und hatte mein Leben im Griff. Außer ich weiche mal wieder ab, weil, naja, auch ich bin kein Engelchen oder gar vollkommen, ja, auch das nicht. Also nein, nein, natürlich nicht. Es ist auch ein Prozess, der Weg mit Jesus, ein Lauf, wie es doch die Bibel manchmal sagt. Und da wird man mehr und mehr in das Bild von Jesus Christus verwandelt, also umgewandelt von Gott, also so was diese Eigenschaften von Jesus angeht. Aber da es ein Prozess ist, ist man, ist das erst dann in Gottes Welt, da ist es dann vollendet erst. Vorher können auch gläubige Christen natürlich immer mal wieder hinfallen. Ja, aber dann haben wir einen gnädigen Herrn, der uns da wieder aufhängt und uns wieder aufhilft. Das ist die schöne Tatsache daran. Ja, kommen wir jetzt mal, ich hatte ja gesagt, sie ist eine falsche Prophetin. Das möchte ich natürlich auch belegen. Das werde ich jetzt in den kommenden Minuten tun. Also es geht hier so um Voraussagen für das Jahr 2021. Das Video kann ja auch jeder gucken. Video Akasha-Chronik Voraussagung 2021. Ich habe das genommen, weil das können wir ja nachprüfen. Denn wir haben ja, jetzt stehen ja schon fast vor dem Jahr 2023 zum Zeitpunkt dieses Videos. Und so können wir alles vergleichen, was sie über 2021 gesagt hat, weil das Jahr ja schon vorbei ist. Und hier spiele ich jetzt mal ein paar Voraussagen ein, die sie eben für das Jahr 2021 getroffen hat. Dieses Video von ihr stammt natürlich aus dem Jahr 2020. Und sie spricht prophetisch über das kommende Jahr. Und das war aus ihrer Sicht eben 2021. Und diese innere Dunkelheit, und das war sehr spannend, hat sich auch wieder gespiegelt. Ich habe plötzlich einen Computerbildschirm gesehen und da wurde es auch ganz schwarz. Und das Internet wurde ganz schwarz. Also was ich gefühlt habe, ist, dass es in irgendeiner äußeren Form auch Dunkelheit geben wird in Form von Internetausfall, in Form von, dass wir spüren, auch hier wird etwas gekappt. Und das ist sehr spannend, weil im Moment wurde die Freiheit, so Geschäfte zusperren im Außen und viele haben jetzt angefangen, online-mäßig etwas aufzubauen und haben die Sicherheit in allen möglichen Bereichen in das Internet gelegt, auch die Informationen zu bekommen, wenn man nicht Mainstream-Informationen möchte, dann zumindest eben im Internet Informationen. Und ich spüre einfach da eine Dunkelheit. Und einfach aus meinem Impuls jetzt heraus, was ich dir mitgeben möchte, einfach Daten zu sichern. Daten extern zu sichern. Ja, sie hat also für das Jahr 2021 einen großen, riesigen, lang andauernden Internetausfall vorhergesagt. Sie hat ja sogar gesagt, man soll sich da extra Daten sichern. Wahrscheinlich, weil man dann eben nicht mehr auf Cloud-Dienste zugreifen kann. Klar, wenn das Internet nicht mehr geht, sie spricht hier, dass es gekappt werden sollte. Ja, wenn man dann auf Cloud-Daten nicht mehr zugreifen kann, ist es natürlich schlecht. Das ist schon richtig. Und deswegen hat sie empfohlen, für das vergangene Jahr, dass man dort eben Daten extern sichert. Nur, wir hatten diesen Internetausfall nicht im Jahr 2021. Es ist einfach nicht wahr. Es ist einfach nicht eingetreten. Ich habe natürlich dazu recherchiert. Es gab natürlich, also jeder hat natürlich hin und wieder mal so kleine Ausfälle. Ja, aber sie redet ja hier von so einem drastischen Ausfall, dass man sogar Daten extern sichern sollte. Es gab im Juli 2021 mal tatsächlich für einige Minuten so einen Ausfall, hervorgerufen durch den US-Anbieter Akamai. Vielleicht erinnern sich noch einige daran. Da war mal irgendwie, ich weiß nicht, für eine Viertelstunde auch selbst so Amazon.de oder solche Seiten waren da mal kurz nicht erreichbar. Das lag daran, dass diese Firma hat irgendwie auch mit dem Internet zu tun und hat dann bei einem Update irgendwas falsch gemacht. Und dann waren tatsächlich mal eine Zeit lang, also einige Minuten, also auch größere Seiten down. Aber das war es. Ansonsten gab es die kleinen Störungen, die es jedes Jahr gibt. Ja, das habe ich jedes Jahr. Jeder, der hier wahrscheinlich zuschaut hat, kann davon berichten, dass es immer mal wieder kleinere Ausfälle gibt. Ja, aber wer das Video gerade gesehen hat, das, was sie dort sagt, das ist einfach nicht eingetreten. Es ist nicht eingetroffen. Also eine ganz klare falsche Prophetie. Im Alten Testament sagt Gott über sowas, wer nur einmal falsch prophezeit, ist schon ein falscher Prophet. Er kann hundertmal was Richtiges sagen und einmal was Falsches, weil dann ist es kein Prophet Gottes. Dann ist es ein falscher Prophet. Wenn es tatsächlich nur einmal zu einer falschen Prophetie kommt. Kommen wir noch zu einer weiteren Falsch-Prophetie. Also die Lügen, auch große Lügen, politische Lügen, werden aufgedeckt werden. Auch in Amerika, nehme ich das sehr stark wahr, dass da die Wahrheit ganz stark ans Licht kommt. Und ich habe auch Amazon gesehen, dass da auch, wie habe ich das geschrieben? Ja, Amazon wird an Macht verlieren, weil da auch eine große Lüge aufgedeckt werden wird. Also die Masken werden fallen. Die Masken der Lügen werden fallen in jeglicher Hinsicht, weil sie weggeschwemmt werden von der Flut des Lichtes. Ja, also sie spricht ja konkret Amazon an, wo sie sagt, dass die an Macht verlieren durch irgendeine aufgedeckte Lüge. Ja, also auch das, wie wir alle wissen, ist in keinster Weise eingetreten. Im Gegenteil, im Jahr 2020 war die Marktkapitalisierung von Amazon am 31. März 2020 noch 971 Milliarden Dollar. Am 31. März 2021 waren es dann schon 1558 Milliarden. Auch jetzt sind es immer noch, es ist auch immer noch ungefähr so in diesem Bereich, also jetzt so um 2022, 2023 herum. Also nirgendwo hat sich das in irgendeiner Art und Weise bewahrheitet. Welche Lüge von Amazon soll denn da aufgedeckt worden sein? Ja, ich meine, die mag es geben. Also ich sage jetzt nicht, dass es die vielleicht nicht gibt, aber sie hat konkret gesagt, dass das im Jahr 2021 passieren wird. Und das ist nicht passiert. Und insofern ist sie hier tatsächlich überführt. Sie ist eine falsche Prophetin. Sie ist der falschen Prophetie nachweislich überführt. Und deswegen sollte man auch anderen Dingen, die sie lehrt, eben wenig Glauben schenken. Auch das ist so frappierend. Das sagt uns Jesus Christus auch im Neuen Testament. Hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Ja, sie kommen in Schafskleidern. Jacqueline Laisonnier, ich sage ja nicht, dass sie jetzt unsympathisch wäre. Nein, sie kommt schon sympathisch rüber und kann das gut darstellen. Also Schafskleider, ja. Nach außen hin weckt sie schon diesen Eindruck, als sei sie auf der guten Seite. Aber, ja, das ist es eben mit den Wolfs- und Schafskleidern. Inwendig sind sie aber reißende Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Das haben wir vorhin gesehen. Früchte, also an denen, was sie tun oder sagen, werdet ihr sie erkennen. Und wir haben sie jetzt erkannt durch diese eindeutig nachweisbaren Falschprophezeiungen. Gut, kommen wir zu einem anderen Thema, mal so zum Thema generell Gott und die geistige Welt. Da habe ich hier auch einen kurzen Ausschnitt. Und wir haben uns, als wir, ich nenne es jetzt mal da oben waren, haben wir uns zur Aufgabe gemacht, verschiedene Dinge hier auf der Erde zu erleben und zu erfahren, die wir oben im Himmel oder in der geistigen Welt sozusagen nicht erfahren können. Wir können nur bestimmte Dinge hier auf der Erde erfahren. Verschiedene Dinge, die uns wieder in gewisser Hinsicht zu unserem göttlichen Ursprung, zu unserem göttlichen Sein führen. Ja, und hier reiht sie sich auch ein in die Schar vieler anderer, die eben auch ja, propagieren, dass es darum geht, wieder in dieses Göttliche zurückzufinden. Ja, um dieses Thema, das wollen wir uns mal näher anschauen, was sie unter Gott versteht, unter geistiger Welt. Da habe ich hier mal eine kleine Tabelle zusammengestellt. Links die Wahrheit, rechts die Lüge. Also alles basierend auch auf dem, wie ich es selber erlebt habe und wie es auch im Wort Gottes selbst drinsteht. Das kann man also alles auch nachlesen. Und wer das nachliest, wird auch kaum mehr auf den Gedanken kommen, die Bibel sei gefälscht, weil es eben so frappierend ist. Ich habe ja hier einige Stellen genannt. Das soll gefälscht sein. Dann hat aber hier irgendein Gottesfreund diese Fälschungen vorgenommen, weil es würde dadurch gerade solche falschen Propheten ja entlarvt werden. Also das wird wohl kaum gefälscht sein. Fälscher hätten eher im Sinne, das sowas zu streichen, ja, solche Verse, wie ich sie vorhin auch schon gelesen habe. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass es sich hier um das authentische Wort Gottes wirklich handelt. Und dort ist Gott sehr persönlich. Jesus Christus ist dort der persönliche Heiland. Wer auf Jesus sieht, sieht Gott und sieht, wie Gott ist. Ja, nee, es ist eben dieses Göttliche, die göttliche Natur, zu der wir angeblich zurück müssen. Ja, wir sind absolut nicht göttlich. Wir sind arme Sünder in einer gefallenen Welt durch die Sündhaftigkeit getrennt von Gott und können von Gnade sprechen, dass Gott seinen Sohn Jesus Christus für uns geopfert hat, dass wir doch wieder einen Zugang haben zu Gott, wenn wir nämlich an Jesus glauben. Ja, aber absolut sind wir nicht irgendwie identisch mit Gott oder mit etwas Göttlichem. Ja, ich glaube auch, dass in einem gläubigen Christen der Heilige Geist wohnt. So kann man schon sagen, dass Gott in einem wohnt. Aber erstens nur bei denen, die an Jesus Christus glauben, die ihn angenommen haben und zum anderen ist man ja deswegen nicht identisch mit Gott. Ja, Gott steht über der Schöpfung. Also in der Lichtarbeit heißt es ja, dass wir selber so eine Art Schöpfer Gott sein oder dass alles in der Summe zusammen Gott ist. Aber das ist eine Lüge. Gott steht über der Schöpfung. Gott ist nicht gleich die Schöpfung. Ja, dann hier das zweite, der Retter, Jesus Christus. Das ist ganz klar in scharfem Kontrast zu dem, wie es in der Spiritualität gelehrt wird, wo es heißt, es geht gar nicht um eine Errettung durch irgendeinen Retter, sondern es ist um das Erwachen, um das Erkennen, dass man durch Erkenntnis, dass er endlich aufwacht, das sei schon die Erlösung. Ja, mitnichten, das ist eine große Lüge. Satan hat ein Interesse, solche Lügen aufzutischen, um eben die Menschen wegzuführen vom wahren Heilsangebot Gottes und das ist Jesus. Dann das nächste, der Mensch hat nur ein Leben, während dem die Lüge der Reinkarnation gegenüber steht. Auch hier ist das Neue Testament eindeutig. Es sagt, dass es dem Menschen gegeben ist, einmal zu sterben. Da steht sogar das Zahlwort im Original, also ein einziges Mal und danach kommt Gottes Gericht. Und auch hier möchte der Teufel natürlich gerne davon ablenken und predigt die Reinkarnationslehre, damit man bloß nicht Jesus annimmt. Denn wenn es wirklich Reinkarnation gäbe, dann bräuchte es ja Jesus nicht. Ist ja logisch. Das geht so weit, dass auch Menschen, dämonische Erinnerungen eingegeben werden an angebliche frühere Leben, dass sie zum Beispiel plötzlich über Orte berichten können, wo sie definitiv nachweislich noch nie gewesen sind in ihrem, diesem Leben. Aber dann haben sie plötzlich Erinnerungen an angebliche frühere Orte, können sie alles ganz genau beschreiben und dann soll das eben ein Nachweis sein, ja, das muss ein früheres Leben gewesen sein. Woher soll dieser Mensch sonst seine Erinnerungen haben, die ja sehr präzise sind? Ja, eben aus dämonischer Inspiration heraus. Ich war selber mal bei so einer Rückführung dabei, wo ein Reinkarnationstherapeut eben eine Frau in angebliche frühere Leben zurückgeführt hat. Ja, und da können eben, das findet auch sehr meditativ statt, können also auch von dämonischer Seite solche Lügen, solche falsche Eingebungen vorgenommen werden. Ja, so, dann der vierte Punkt, ja, Gottesengel, natürlich, es gibt Engel, auch die Bibel berichtet davon, der Kontrast dazu sind diese Geistführer. Das sagt auch Jacqueline Lesonier, sie hat sogar ein Video, wo sie so eine Anleitung gibt, wie man mit dem Geistführer Kontakt aufnimmt. Diese Spiritual Guides sind aber eben ja auch Dämonen, das sind, was ich eingangs sagte, diese Lichtengel, die sich aber nur so verkleiden als Engel des Lichts. Der nächste Punkt, es gibt nur einen Weg zu Gott und in der Spiritualität, in der Lichtarbeit heißt es eben, dass irgendwo letztendlich alle Wege zur Quelle führen. Da ist es ja nie dieser persönliche Gott, sondern immer irgendetwas Unpersönliches, eine unpersönliche Quelle, das Universum und so weiter. Dann nächster Punkt, ewiges Leben durch Jesus Christus. Ja, das ist das, was letztendlich ja am Ende der größte Gewinn ist. Dieses nach dem Tod, hatte ich vorhin schon gesagt, ich hatte früher diese Todesangst, weil ich eben nicht dieses ewige Leben hatte, zumindest nicht das ewige Leben bei Gott. Das hat meine Seele irgendwie gemerkt und es rausgeschrien und es kam in Form von Todesangst bei mir an, wann immer ich darüber nachdachte. In der Lichtarbeit hatten wir ja geglaubt an diesen Aufstieg in die angebliche fünfte Dimension. Ja, 5D für den gesamten Planeten und auch die Menschheit. Das habe ich alles früher wörtlich so geglaubt und habe mich als Lichtarbeiter eben betätigt. Ja, so kann man sich täuschen. Ja, und der letzte Punkt, Wahrheit durch den Heiligen Geist. Das ist das, was jeder, der an Jesus Christus glaubt ja zum Glauben kommt, erfährt auch, dass er Stück für Stück dann auch durch den Geist Gottes in die Wahrheit geführt wird, in die Wahrheit geleitet wird. Demgegenüber steht dieses Lügenkonstrukt durch Satan, der eben Lichtarbeit, Energiearbeit, das sind halt auch solche Auswüchse davon. Da ist ein Riesenkonstrukt erstellt worden, ganz bunt, ganz spannend, ja, mit Außerirdischen, den Grace, Dualseelen angeblich, ja, und vielerlei andere Dinge, dann dieser ganze Aufstiegsprozess und irgendwelchen Gegnern, Reptiloide oder irgendwelche Roboterwesen, Spinnenwebenwesen, Vampirwesen, Dualseelen von Arctur oder den Pleiaden und so weiter, ja, das waren jetzt nur so ein paar Stichpunkte, die ich da jetzt gerade genannt habe, also, dass es da also alles durchsät von solchen komischen Konstrukten, ja, man sollte doch auf Jesus setzen und der Heilige Geist, das kann ich also auch bezeugen in meinem eigenen Leben, führt einen dann auch Stück für Stück in die Wahrheit, ja, deswegen, wenn du auch noch an solche Dinge glaubst, wie sie hier rechts stehen, ja, es sind Lügen, ich weiß, das ist immer erstmal schwer, das sich einzugestehen, das war für mich damals auch ganz schön, also ganz schön krass, so plötzlich zu sehen, an was ich alles geglaubt habe, ja, ich war, heute ist es eigentlich unfassbar, was für Zeug ich alles so geglaubt habe, aber es war so, ja, ich kann das nicht aus meinem Leben herausstreichen, das ist so gewesen, ich bin darauf reingefallen und ich kann Gott wirklich nur auf Knien danken, dass er mich da rausgeholt hat und wenn du noch in dem Bereich drin bist, wende dich auch an Gott, das kann mit einem Gebet anfangen, dass du auch sagst, du möchtest hier auf die linke Seite zur Wahrheit, kannst Gott sagen, dass du Jesus Christus annimmst, dass du dich lossagst von all diesen Dingen, die du bisher geglaubt hast, dann in der Lichtarbeit mit Engeln oder Geistführern oder wenn du irgendwelche Methoden aus dem Bereich praktizierst, Reiki, Tai Chi, Qi Gong, Channeling und so weiter, gibt es ja viele Sachen, es gibt einen Erretter. Hier kann man das bildhaft auch gut sehen, damit komme ich auch dann jetzt fast schon zum Schluss. Hier sieht man also links ist zwar jetzt so eine Buddha-Statue, die steht jetzt stellvertretend für all diese okkult-esoterischen Dinge. Das hat Jesus vollbracht, dass er die Werke des Teufels zerstört hat und uns wieder diese Brücke baut hin zu Gott. Über Jesus Christus können wir da wieder zu Gott und uns freuen. Ja, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, durch Jesus Christus. Das ist die große Wahrheit daran und das ist auch hier in diesem Vers, damit bin ich dann auch schon am Ende, also hier kommt das auch nochmal sehr gut durch, geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt und viele sind es, die da hineingehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt und wenige sind es, die ihn finden. Ja, meine Hoffnung ist ja immer, dass durch solche Beiträge es dann ein paar mehr werden und wenn du da Fragen hast oder dich auch für Jesus entscheiden möchtest, kannst du auch gerne dich melden und ich helfe auch gerne weiter. Wenn du das tust, entsorge alle Dinge, die du jetzt noch hast, in der Esoterik alle Gegenstände, Utensilien, Steine, Öle, Karten, Quarze, Gegenstände, Bücher, CDs, alles was da noch sein mag, aus der Esoterik, ab in den Müll damit und dann einen Herrschaftswechsel vollziehen. Darum geht es, weg von der okkulten Seite hin zu Jesus. Ja, dann kannst du auch den engsten Leber wohl sagen, dann kannst du die Wahrheit begrüßen in deinem Leben, in die dich der Heilige Geist dann auch Stück für Stück führen wird. In diesem Sinne wünsche ich dir wirklich gottesreichen Segen, danke fürs Zuschauen und vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao.